So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück, zum Men's Year Live auf YouTube. Es ist so schön. Wir werden jetzt, wir haben uns letztes Mal gekümmert, dass wir hier die Warnschien hinlegen. Wir haben uns um gekümmert, das zu machen und wir haben uns um gekümmert, vieles zu erzählen. Wir werden in diesem Part jetzt, ich habe schon gerade überlegt, ob man mich von hier bis hier rüber einfach Pferde kutschen oder sowas nimmt. Weil der Weg ist ja nicht weit, dann wäre es, glaube ich, viel schlauer als diesen großen, wir arbeiten dem wieder extra hierfür zu machen. Immer für 800 Dollar. So, ich kriege die, okay, ich habe mich schon mal wieder. 800 Dollar, 1000, soll ich dafür zahlen? Never. So, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Schiene zu verlegen. Okay, halt. Ich muss mal kurz das rein. Es ist schon, es ist schon nice geworden, dieses Spiel. Ich habe ein bisschen was daraus gemacht, was dieser Anfang, das Spiel, aber erstmal so, damit sie angefangen haben, ist natürlich schon ein Hammer. Ja, so, eingleisig reicht im Moment. Danach können wir hier rüber verlegen, also das wird schon passen. Gleise müssen wir natürlich auch verlegen. So, wir gehen dann gleich noch die Strecke entlang und schauen uns an, wo wir etwas ändern müssen. Genau, wir werden jetzt noch die Straße verlegen. Oh, hier ist es wahrscheinlich. Oh, diese Flaschen. Die Straße ist rechtlich auch was raus, ne? Das ist ein Irgendwann schön. Oh, wie viel zieht es? Mistig. Ah, hier. also ich habe dazu wieder zu sagen ich mache jetzt mit youtube ich traue mich hier hin ich bin wenn sie hat natürlich auch sondern zwei minuten gesagt jawohl ich bin jetzt baby ich zeige den pussys wie es wieder geht ich bin familienfreundlich immer noch ich hoffe es ich brauche Fahrzeuge ich brauche mal jetzt die Stadt rein wieso ich das mache habe ich ja im letzten part schon gesagt und auch dass ich mit einer meiner kleinen dame spiele heißt auf gut Deutsch sie heißt Neko Neko Gaming woher heißen wir ja und so kann man uns auch auf Twitchel finden wo ist die Ecke die Station Plattform links so mir reicht ja eine Plattform wir müssen wirklich noch aufs Geld achten weil es wird könnte wirklich wenig werden uuuh wir haben ja hier schon Dieselfahrzeuge wir kaufen zwei Mugs wir kaufen zwei Mugs wir kaufen zwei Mugs ein guter First Truck 25 wir werden Dampf Dampf britschen ah ne das ist natürlich jetzt wieder die Frage nehmen wir nehmen uns hier davon werden wir uns ein paar holen so ist das Geld was alle ist wie lange ich jetzt sowas hier auf YouTube Twitch mache das weiß ich nicht je nachdem wie Zeit es in sowas Twitch wird MensaWort gezockt wenn ich allein bin und auf Neko Gaming World mit meiner kleinen Neko was auf deutsch verzeihe es ist ja komisch hmmm jetzt will ich oben die das ja weiß ich nicht was ich gerade hier aus wollte ich muss erstmal gerade noch mal kurz gucken das habe ich das habe ich das habe ich das habe ich das heißt ich kann die Züge jetzt mal los schicken du zut bitte auf die Strecke Linie 1 ja ja wir gucken uns mal kurz den Zug an mal gucken wie lange wir noch Dings brauchen dass ich wirklich auch so eine scheiße Marke habe das ist schon geil ich habe mich wieder in das Spielfeld verliebt es gibt auch noch ein zweites Spiel wo ich mich ein bisschen verliebt habe ähm wir werden es wirklich alle Linien machen noch das ist äh der Muttersportministerschaft der ist auch richtig gut so eine Linie noch hier hier ich möchte gerne das auch äh so ich natürlich nicht sage was er fährt es ist einfach nur eine Linie hier wahrscheinlich mal gucken warte nochmal kurz ab äh dann noch eine neue Linie von hier nach hier und dann freue ich natürlich noch Personen haltestellen da und da 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 und da und da und da und dann haben wir erstmal eine grobe Anreihung von Fahrzeug Richtung Sachen hier klar ich könnte hier hinten sagen ich mache hier im Bus zu Boden aber mache ich gerade nicht so dann weisen wir mal bei allen unseren Fahrzeugen mal in die Richtung zu was wir machen sollen diese zwei Straßenfahrzeuge haben dann 5 zu Boden 5 zu Boden übernommen alle anderen Fahrzeuge und unsere zwei Fahrzeuge gehen auf die M2 und ihr beiden geht auf die M4 und ihr beide geht auf die M4 und ihr beide geht auf die M4 und sie Tun die M4 so ne das habe ich ja nicht jetzt nimmst du den 3 jetzt sagt er natürlich Achtung wir sind jetzt ein Problem Verwalten, die wir ausmachen und dann sagen, das hier ist immer noch ein Problem. Wir werden das mal im nächsten Park probieren, wir werden das mal weiter probieren, 10 Minuten sind wieder um. Ich versuche mich an die 10 Minuten zu richten, nebenbei trink ich noch ein Stück Tee, nein wenn ich nicht krank kein Bierchen trinkt zum Abend, ja es ist abends, ich muss Neko dann gleich abholen, es geht gleich in den Stream rein und ich weiß auch nicht wann ich diese Videos hochbringe, ob wir vielleicht in dem Moment streamen, ich muss mal gucken ob ich